Die bekannte Gruppe SEA aus Österreich heizte vergangenes Wochenende das Sportzentrum musikalisch ein. Die Mundart-Band wurde von den Footballern vom Landsberg Express anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums an den Lech eingeladen. Die acht Musiker aus der Alpenrepublik boten dem Landsberger Publikum eine richtig gute Show. Sitzen ging da nicht mehr. Viel Abwechslung, mal feurig und temperamentvoll, mal romantisch zum Mitsingen und aber auch zum Mitmachen. Leider war das Konzert nicht ausverkauft um die 600 Zuschauer. Dem Veranstalter Landsberg Express hätte man gern mehr Besucher gewünscht. Der Erlös des Konzerts ist schließlich für einen guten Zweck gedacht. Der Neubau des Katastrophenschutzzentrums in Landsberg soll unterstützt werden. Die Zugabewünsche wurden selbstverständlich gerne erfüllt. Der Neubau des Katastrophenschutzen Nach dem gut zweieinhalbstündigen Konzert drängten sich die Fans der sympathischen und beliebten Musiker um Autogramme. Natürlich am besten noch mit einem persönlichen Erinnerungsfoto. Austro-Pop zum Anfassen. Spaudteile